etwas minecrafter morgen vertreibt kummer und sorgen ja und damit eine kleine runde weiter hier bei unserem lieblingshaus und ich habe etwas weiter gebaut aber ja unbedeutend so ich wollte den boden weiter zusammenzimmern mir fällt aber gerade ein dass ich wahrscheinlich eine werkknoten der zunge eine werkbank hierhin bauen werde so das muss jetzt reichen ja ich habe alles gut machen hier einfach zwei rein das wollte ich eigentlich nicht heute das hier so genau und war das jetzt wieder weg und davon habe ich aber auch nicht mehr so viel ist aber nicht schlimm jetzt haben wir ja zum glück genug das gut aus ja ich denke das können wir so lassen zwei ok also hier konnten wir noch was machen wir jetzt gleich kommen sollt's gut jetzt kann man zumindest hier vernünftig lang gelaufen ohne um zu stolpern doch vorteile hier weiß ich allerdings nicht wie ich weiter bauen werde weil nein spitzhacker habe ich gut ich habe auch keine ahnung der ist dann nachher gesamtbild aussieht wahrscheinlich total wirsterlich so das wurde jetzt doch ganz schön hoch ich wollte gar nicht so hoch bauen aber gut ich denke ich mache jetzt hier auch schluss weil ich werde noch so ein paar dinge erledigen müssen können sollen dürfen und damit verabschiede ich mich bis zum nächsten mal wenn es gefallen hat abo und like da lassen bis denne euer dark von galaxy und 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 Vielen Dank.